Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin nie sicher, nie zufrieden. Manchmal wüt' ich auch. Manchmal hab ich einfach Freude. Ja, manchmal knall ich schon was an die Wand. Ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, ich bin Künstler. Was ist das genau? Man muss immer stochern, dass es wieder Flammen gibt, dass man sich wieder mit etwas anderem füttert oder dass man es ausbreiten lässt. Das ist ein gutes Sinnbild, glaube ich, wie es sein muss als Kunstschaffender. Es geht um Seele, es geht um Poesie und trotz allem Drama, trotz allem Schmerz ist da auch immer die Hoffnung. Es ist ein bisschen wie in der Natur, es ist halt selbstverständlich, dass da alles nebeneinander ist, sowohl das Leid wie die Freude und fast gleichzeitig. Dieses Direkte, dieses Excitement möchte ich wieder zurück in die Oper holen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020